All right, all right, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Unite. Schöne Grüße, mein Team Nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid wach und natürlich allgemein Pokémon-Fans. Ihr habt auf dieses Video geklickt, weil ihr unbedingt wissen wollt, wie spiele ich mit Zeraora. Aktuell ein sehr, sehr, sehr beliebtes Pokémon und in meinen Augen wahrscheinlich das beliebteste überhaupt in Pokémon Unite. Stand aktuell aus ein paar diversen Gründen, auf die ich natürlich nachher noch eingehe. Es ist natürlich mega, mega mächtig und man wird auch teilweise selbst in den Matches komplett von dem auseinandergepflückt. Und wenn der Gegner mich damit auseinanderpflückt, dann spiele ich den auch, um andere auseinander zu pflücken. Das ist ja so die Denkweise. Difficulty Expert, also schwierig zu spielen und muss ich auch recht geben. Der ist nicht der leichteste, man muss schon gut darauf achten. Nahkämpfer und Speedster. Speedster heißt, er ist auf Mobility ausgelegt und deswegen hat er auch vier Sterne auf Mobility und fast dreieinhalb Sterne bei der Offensive, aber dafür ist er super, super weich. Einerthalb Sterne ist genauso weich wie Pikachu. Zuerst ehrlich macht Pikachu, hat Pikachu mehr Sterne bei der Offensive. Was aber nicht ganz so stimmt in meinen Augen. Pikachu wird zwar als Offensiver eingestuft, aber die Spells von, beziehungsweise die Skills von Zeraora machen ihn tatsächlich aktuell deutlich, deutlich stärker, als es rechts die Anzeige ist. Und deswegen zeige ich euch für den den optimalen Build, wie ihr damit spielt, worauf ihr achten solltet und welche Lane und was auch immer ihr dabei beachten solltet. Und was ihr nicht vergessen solltet, ein Like-Button natürlich, wenn euch das hilft und ihr sagt, hey nice, ich schaue gerade, wie ich den am besten spiele, weil ich den für mich entdeckt habe und, und, und gerne auschecken. Hat leider keine Skins, aber wir fangen mit den Items an. Wie bereitet ihr euren Charakter am besten vor? Wir haben hier jetzt erstmal Pikachu als Beispiel, aber nichtsdestotrotz. Erstes Item, was ich nehmen würde, ist Muskelband tatsächlich. Wenn ihr das upgradet, kriegt ihr mehr Schaden und tatsächlich eine höhere Angriffsgeschwindigkeit, was bei Zeraora natürlich mega von Vorteil ist, weil er darauf ausgelegt ist, so viel Damage wie möglich auszuteilen und er muss Damage verteilen. Als zweites Item würde ich hier Floatstone reinpacken. Habe ich jetzt aktuell nicht. Ich habe hier die Gläser, was komplett Müll ist für den. Aber wenn ihr wollt, kauft für euch Floatstone direkt, direkt früh, findet ihr im Eos Emporium. Ich habe den jetzt noch nicht gekauft, aber er erhöht euer Move-Tempo, wenn ihr nicht im Kampf seid. Und das ist wirklich eines der Must-Haves-Items für den, weil er normal ein Jungler ist. Er spielt in der Mitte und er ist dafür ausgelegt, dass er von oben nach unten immer rotiert. Und desto schneller er das macht, desto besser ist es. Deswegen Floatstone absolut essentiell in meinen Augen als zweites Item. Wenn ihr euch das holt, ich habe jetzt die Linse drin, was komplett nutzlos ist für den, weil er erhöht den Special Attack, was so ziemlich nur ein einziger Skill bei dem ist. Und das ist der Discharge, was zwar auch okay ist, aber im Großen und Ganzen gibt es besseres Item. Und das dritte Item ist Scope Lens. Erhöht den kritischen Schaden laut der Beschreibung hier. Wenn ihr aber im Item-Menü das Ding upgradet, seht ihr, dass er auch die Crit-Rate erhöht. Crit-Hit-Rate 2,4% mehr bei Stufe 11. Und das macht schon richtig, richtig krass Laune. Und vor allen Dingen wird die Chance auf kritischen Schaden erhöht. Dann macht er doppelt so viel Schaden. Und dann noch 4% mehr Damage durch das Ding. Deswegen ist ideal für ihn tatsächlich in meinem Augen. Es gibt bestimmt noch andere ideale Items. Keine Frage, ne? Man kann auch andere Sachen benutzen. Aber dadurch, dass Teraora sowieso schon eine hohe Crit-Rate hat und darauf ausgelegt ist, so viel Damage wie möglich zu machen, kann man da natürlich noch mehr drauf packen, indem man das Ding benutzt. Den Energy Amplifier würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil lauter Beschreibung hier macht er jetzt den Damage höher für eine kurze Zeit, wenn man den Unite-Move benutzt, ne? Finde ich jetzt nicht so praktisch. Unite-Move kann man nur ein paar Mal im Match benutzen. Deswegen ist das jetzt nicht super, super, super essentiell. Deswegen Scopelands ist von Anfang bis zum Ende des Matches sehr, sehr nützlich. Während der Energy Amplifier nur ab dem Mid- bis Endgame nützlich ist, ne? Kann natürlich dann auch entscheidend sein. Aber in meinen Augen ist das die beste Kombination. Und es gibt, kann man bestimmt noch einige Sachen variieren, wie zum Beispiel Attack Weight. Kann man auch, wenn man vielleicht reinpacken, um mehr Damage zu machen. So, rein in die Geschichte. Der Schnellzerraora auswählen. Ihr solltet den als Favoriten machen, sodass er direkt ausgewählt ist. ZL drücken für eure Items solltet ihr natürlich direkt anpassen, sodass ihr die richtigen ausgerüstet habt, falls ihr ein anderes Pokémon vorher gespielt habt. Bei den Skills. Hier kann man sich streiten. Einige sagen, Spark ist besser, einige Vault Switch. Spark gibt euch ein bisschen mehr Reichweite. Vault Switch in meinem Augen aber trotzdem der universelle, aber schwierig zu nutzen Skill. Bei den zweiten, Discharge. Discharge. Fertig. Gibt es keine Diskussion, Leute. Gibt es keine Diskussion. Discharge ist aktuell der O-P-ste Move in dem gesamten Spiel und absolut overpowered für seine Cooldown und, und, und. Und deswegen macht auch Zeraora so viel Schaden und deswegen haben wir die Leute auch immer das Gefühl, die verlieren wegen Discharge. Das ist der einzige Skill, der aktuell so richtig, richtig krass ist. Wählt dann aus. Es kann sein, dass er in der Zukunft natürlich genervt wird und dann schwächer wird. Und das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein, so wie ich jetzt aktuell die Meinung in sozialen Medien wahrnehme. Central Path, Jungler, markiert das für eure Teammates, dass ihr in den Jungle geht. Was ich vergessen habe, ist jetzt den Escape-Button zu nehmen. Escape-Button, wenn ihr den freischaltet ab Level 10, würde ich meinen, ist eines der Must-Have-Items, würde ich sagen, für ihn. Damit seid ihr nochmal mobiler und könnt nochmal so ein bisschen besser finishen. Und ihr könnt euch teleportieren. Ich habe jetzt Potion drin. Aber der Escape-Button sollte auch eigentlich eines der wichtigsten Items sein, die man für Zeraora nutzen kann. Alles, was mit Mobility hat, zu tun hat, und, und, und. Vorbereitungen sind ready, Leute. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ding hier auch rocken. Wie spielen wir an denen am besten? Direkt in den Dschungel. Direkt in die Mitte. Direkt dieses erste Vieh hier holen, ne? Was in der Mitte steht. Das ist euer Bereich. Wenn ihr den Zeraora spielt, ihr seid Jungler, ihr seid in der Mitte, ihr seid alleine. Aber, das ist auch schön. Deswegen, keiner stört euch hier, ne? Holt euch zuerst den Blue-Buff oben, ne? Kann man jetzt natürlich aufschreiten. Man kann sagen, unten den Red-Buff holen. Ich würde erstmal den Blue-Buff holen, weil er den Cooldown der Fähigkeiten runter senkt. Ne, benutzt eure Abilities dabei. Agility gibt euch, also, ne, der Dash hier, der ja, der gibt euch auch tatsächlich einen kleinen Tempo-Boost für eure normalen Angriffe, ne? Dann kriegt ihr so Blitze, um euren Charakter auch eh nicht vergessen zu nutzen. Und deswegen erstmal die ersten Mobs hier einfach finishen. Super, super easy. Weil ihr wollt, dass Teraora so schnell wie möglich auf Level 5 kommt. Auf Level 5 zu bringen, ist essentiell, weil damit seid ihr ready, um entsprechend zu helfen. Ich könnte jetzt da runter gehen und meinen zwei Mates aushelfen. Das wäre eigentlich das smarte Move gewesen, aber ich will tatsächlich jetzt dringend Level 5 werden, weil oben, äh, scheinen die besser dran zu sein, ne? Das wäre jetzt eigentlich das smarteste Move gewesen. Oben haben die keine Probleme gewesen. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen runter zur Unterstützung. Ich habe meine zwei Buffs, ich bin Level 5. Das ist die Early-Game-Phase, ne? Early-Game-Phase ist relativ simpel, ist eigentlich immer dasselbe Ablauf. Auch wenn jedes Match natürlich sich anders verhält, okay, das ist okay, super easy. Jedes Match läuft natürlich anders ab und ihr habt nicht immer die gleichen Ausgangssituationen oder was auch immer, ne? Solltet ihr beachten, aber ja, ist auf jeden Fall, äh, oh, 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 Level 4 Teraora, ne? Das ist der übliche Ablauf. Ihr werdet wahrscheinlich im Jungle auch einen Teraora finden. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht, deswegen bin ich, äh, HP-technisch im Nachteil gewesen. Ich bin geflüchtet. Blue Buff wieder einsammeln, der ist jetzt inzwischen abgelaufen, ne? Nachdem ich unten so ein bisschen durch war. Äh, weitere mögliche Gegner, die ihr in der Mitte finden werdet, ist Absol. Absol ist auch, äh, ne? Jungler Deluxe. Das ist sozusagen euer größter Konkurrent hier. Und natürlich andere Teraoras. Red Buff ist auch abgelaufen. Holen wir uns erstmal hier rein. Zack, zack, zack. Vault Switch habe ich jetzt erstmal aktiviert, ne? Vault Switch ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Skin, äh, Skin Skill, finde ich. Ne? Äh, äh, es kann einen vorwärts teleportieren. Ihr könnt Damage machen und ihr könnt wieder zurückgehen, indem ihr wieder die gleiche Taste drückt für ungefähr drei Sekunden. Plus, minus, ne? Für drei Sekunden könnt ihr euch wieder zurück teleportieren und das kann euch ein paar richtig, richtig krasse Moves ermöglichen. Haben wir, haben wir, haben wir. Mata, Schock, kommst du nicht weg. Ja, haben wir, komm, komm, haben wir. Geil. Ne? Euer Vorteil ist, attackt natürlich der Level-Vorteil, Leute. Äh, deswegen seid ihr im Jungle und versucht euch einen krassen Level-Vorteil zu holen. Da habt ihr den Wall-Switch gesehen, ne? Kurz die Frucht geholt, wieder zurückgehen. Keine, kein Risiko. Und hier ist der Discharge. Schaut euch diesen Discharge an, Leute. So, ich bin Level 8. Ich bin absolut im Level-Vorteil, ne? Was diesen Typen hier angeht. Komplette Zerstörung. Und das ist auch der nächste Tipp, Leute. Schaut auf den Level. Ne? Zeraora kann mächtig sein und ihr habt immer das Gefühl, dass Zeraora super, super OP ist. Der Grund dafür ist aber wahrscheinlich der Level-Vorteil. Zeraora schafft es, schneller im Level-Vorteil zu kommen, weil er im Jungle ist. Und wenn der dann 2-3 Level über eurem Level ist, wenn der Gegner jetzt denn spielt, dann ist es klar, dass er euch zerpflückt. Dann hat er natürlich so einen krassen Sane-Level-Vorteil, dass ihr dagegen nichts anrichten könnt. Und das Gleiche gilt auch für euch. Wenn ihr im Level-Vorteil seid, geht die kaputt machen. Kloppt die Gegner kaputt. Ich hätte hier früher danken sollen. Kloppt die Gegner kaputt, wenn ihr im Level-Vorteil seid. Und dann könnt ihr euch auch in größere Gegnergruppen schmeißen. So, ich gehe jetzt nach oben. Aus dem Grund, weil ich sehe, dass da oben links gerade gestruggelt wird. Und 2 Leute gerade, beziehungsweise 2 ein bisschen weiter vorpushen. Das Pikachu ist ein bisschen viel zu weit. Aber, nichtsdestotrotz, ich hole hier noch... Ja, Level 10 ist drin. Unite-Move schaltet ab Level 10 frei. Und jetzt kann ich hier oben irgendwie vielleicht abfangen. Oh ja, genau. Sehr schön. Schön abgefangen. Ich bin Level-2-Level im Vorteil. Haben wir... Haben wir. Haben wir. Und das Rotom finisht mich. Je schneller ich Level 10 komme und mein Ultimate habe, desto besser, beziehungsweise ein Unite-Move. Da hat mich das Rotom jetzt gerade gefinisht. Und ich habe jetzt gesehen, dass oben links natürlich Gegner waren und habe gehofft, ich kann die vielleicht irgendwie den Weg abschneiden und dazu vorkommen. Und das ist eigentlich auch das Essentielle, Leute. Guckt einfach wirklich auf den Level-Vorteil und entscheidet dadurch, wo ihr reinpusht, beziehungsweise in wie viele Gegnergruppen ihr euch zutraut. Wenn ich jetzt 3 Level im Vorteil bin, ist easy, wenn ich in 10 Gegner rein... Beziehungsweise in 3 Gegner reinspringe. Jetzt habe ich nur einen einzigen Level-Vorteil. Deswegen muss ich aufpassen. Ein einziger Level-Vorteil ist zwar schon wichtig, aber kann natürlich trotzdem in die Hose gehen. 2 Level-Vorteile macht euch natürlich nochmal deutlich, deutlich krasser. Discharge löscht die Gegner nur noch aus. Da ist der Ikere. So, der hat mich... Der hat mich schadet. Der hat da sein Ultimate geaktiviert. Dadurch hat er natürlich 10 Damage gemacht. Aber vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass ich aktuell gar nicht so viel im Jungle bin, ne? Das müsst ihr dann entscheiden. Seid ihr im Level-Nachteil, geht wieder in den Dschungel. Holt euch wieder Blue-Buffs, Red-Buffs. Hier könnt ihr mit Discharge tatsächlich 2 Mobs gleichzeitig angreifen. Levelt euch ein bisschen wieder hoch, ne? Es bringt nichts, wenn ihr gegen Gegner kämpft, die 2-3 Level über euch sind und die ganze Zeit sterbt und dadurch die noch weiter leveln. Deswegen versucht im Dschungel wieder, beziehungsweise im Jungle, euch ein paar Level-Vorteile zu holen oder wieder aufzuschließen. Ich habe das jetzt gelassen, weil ich hier den deutlich größeren Level-Vorteil habe und ich es nicht nötig habe, im Dschungel zu sein. Okay, das Pikachu ist hier AFK. Zack, durch. Haben wir. Vogel auch. Double Kill ist da. Ich bin jetzt absolut overleveled. Ne? Deswegen in der Mid-Phase, so ab Minute 6, 5, seid ihr wahrscheinlich mehr damit beschäftigt, die einzelnen Lanes zu pushen, als ihr im Dschungel unterwegs seid. Ne? Deswegen immer schön von oben nach unten immer laufen, je nachdem, wo ihr seht, eure Teammates sind und sich gerne unterstützen. Ja, da unten kriege ich nicht hin. Gehe ich zur Base? Ne, gehe ich nicht. Gehe ich nicht. Ich gehe hier lieber auf den Vogel. Ne? Und weil hier meine Remades sind und wir können hier das Ding ganken, auch wenn unten links der Turm jetzt komplett zerstört wurde. Hätte jetzt nichts gebracht. Ne? Und deswegen ist was schön und gut, Leute. Man muss aber immer ein bisschen auch individuell gucken, wie läuft das Match ab, was ist mit dem Level, muss ich aufrücken oder nicht, zerstört unser Gegner gerade. Ne? Und, und, und. So, wir springen hier rein. Der Ceraora ist hier zwei Level im Nachteil. Ich bin Level 13, ich bin komplett gefeedet. Wir pushen die Lane. So, da kommt noch ein Marschrock, der ein Level-Vorteil hat, aber das wird hier Discharge Plus bei Level 14, falls man überhaupt so weit kommt. Manchmal kommt man nicht mal so weit. Vogel, der auch zwei Level drunter ist. Hier machen wir kaputt. Der kann sich nicht mehr healen. Zack, raus. Jetzt. Jetzt bin ich die absolute Zerstörungswaffe, die wir auch sein sollen. Ne, Leute? So, hier kann ich rein danken. Zack. Okay. Ja, meine Teammates, flüchtet ruhig. Flüchtet ruhig. Schade. Bin ich fast gefinisht, ne? Flüchtet ruhig, Teammates. Aber jetzt bin ich genau das, was ich wollte, Leute. Und zwar absolut overpowered. Genau deswegen ist der Discharge so für heftig. Genau deswegen sind die Leute... Oh, ich gehe alleine gegen zwei. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Okay, ich flüchte. Ne, zack, raus. Benutze meine Potion, die ich viel zu selten benutze. Gehe zurück in die Base, um oben links zu helfen. Ne, und auch so langsam das Timing anpassen, was Zapdos angeht. Ne, ich habe jetzt fast meine Ultimate ready. Ich habe die vorhin gewastet. Äh, deswegen bin ich nicht ganz ready. Deswegen hätte man von der Zeit her vielleicht ein bisschen besser anpassen sollen, weil Ulti sollte man immer ready haben, wenn Zapdos ankommt. Ne, jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür. Nicht schlimm. Ich bin trotzdem Level 14. Finish hier noch ein bisschen, um mich auf Level 15 so langsam zu kriegen. Dann haben wir eigentlich das Ding durch. Guck mal, ich kann Zapdos mit Discharge. Wie viel Absolute Damage. Ich gebe, ne. Und die Crit-Chancen und, und, und. Alles ist absolut verrückt mit Zeraora. Und deswegen ist das aktuell wahrscheinlich auch das absolut, äh, wo die Leute das Gefühl haben, das ist das OP-ste überhaupt. Guck mal, wie ihr das Ding löscht. Habt ihr gesehen, wie das Discharge einfach den Gegner gelöscht hat? Absoluter Vernichtungswaffe. Und genau deswegen, ne, ihr könnt aber auch genauso gut auf gegnerische Zeraoras aufpassen. Ist ja nicht nur ein Guide, wie man den selber spielt, sondern wie man dagegen den ein bisschen aufpasst. So. Zack, der setzt Ulti an. Ja gut, der hat geultet. Deswegen hat er mich vernichtet. Kann ich nix machen. So, hier können wir reinhauen. Und, ah, der ultet auch. Und ist aus meiner Ult raus. Ja, einen haben wir, einen haben wir. Aber der zweite hat uns. Schade. Ja, da ist das Match auch schon durch. Ne, easy game. Die Gegner waren nicht die krassesten. Die schlechtesten waren es definitiv nicht. Ne, aber wenn ihr das beachtet, solltet ihr mit Zeraora mit den Items auf jeden Fall die Gegner immer über, sag ich mal, richtig, richtig hart zusetzen können. Jedes Match ist ein bisschen individuell, aber das sind die Basics. Das sind die Basics. Ne, die Feinarbeit müsst ihr dann 16 Kills. Guckt euch das an, Leute. 16 Kills, MVP mit Zeraora, mit dem Build. Da kriegt ihr auf jeden Fall die Gegner easy durch. Und macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Achtet nur darauf, dass ihr wirklich im Jungle seid. Level-Vorteile beachten. Diesen Killen. Die Items, die ihr benutzen könnt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ein Like-Button natürlich. Würde mich mega freuen. Und gebt ihr Flosse. Flop.